Ich stoppe das Video, sobald ich es nicht mehr essen will. Keiner Spoiler-A-Lat hier schon auf jeden Fall. Wir haben gesehen, was der Brie gegessen hat. Bis jetzt sieht es sehr schmackhaft aus. Auf jeden Fall hier auch mit dem Salat auf jeden Fall. Fühle ich, feiere ich. Besonders wie das Kleinschne wird. Geil. Das wird ein geiles Salat. Was war denn das? Gerade was er da geschnitten hat. Keine Ahnung. Oh, ein Omelette. Geil, geil, geil. Ich habe heute auch übrigens Omelette gegessen. Das passt ja wirklich sehr, sehr krass. Hä, was ist denn das? Okay, er sieht jetzt nicht so aus, als ich sagen würde, nee, aber ich glaube, das kenne ich nicht. Mal sehen. Weiß gar nicht, ob es mir schmeckt. Komme nochmal in die Mikrowelle rein. Oh, wie so ein Korn-Doc-mäßig. Ja, würde ich essen. Würde ich essen. Zwei Ei jetzt noch. Aber bitte keine flüssige Eier. Na, okay, tschüss.